Sie sind zurück. Können wir dich noch mal kurz belästigen? Schwierige Wortwahl. Ihre Ziele hochgesteckt. Tampons. Das gibt Aufmerksamkeit und die können wir nutzen. Für Frauen. Ihre Methoden unkonventionell. Ist das ihrer? Ihre Vorgesetzte. Wenn es etwas geht greife ich zu allen möglichen Mitteln. Ein ganz eigenes Kaliber. Frau Jordan. Frau Jordan stellt gleich. Die neue Staffel in Doppelfolgen. Ab morgen 22.35 Uhr. ProSieben.